OER, was heißt Open in Bezug auf Lehr- und Lernmaterialien? OER löst sich auf in Open Educational Resources, zu Deutsch offene Lehr- und Lernmaterialien. Offen heißt in diesem Kontext, dass die Lehr- und Lernmaterialien frei genutzt werden können, dass es aber auch Bedingungen für die Nutzung gibt. Denn auch OER sind meist urheberrechtlich geschützt, sind also daher eher per se unfrei oder geschlossen. Man muss sie also befreien oder öffnen und das tut man durch den Einsatz von sogenannten Open-Content-Lizenzen, wie die von Creative Commons. Mit einer solchen Lizenz sagt der Urheber oder sonstige Rechteinhaber, jeder darf mein Bild, mein Text, meine Grafik oder meine Musik oder was immer es für ein Inhalt ist, nutzen. Niemand muss dafür extra um Erlaubnis fragen, etwas unterschreiben und niemand muss für die Nutzung Geld bezahlen. Aber Open-Content-Lizenzen sind vertragliche Bedingungen. Sie enthalten Regeln, Auflagen und auch mitunter Einschränkungen und die müssen bei der Nachnutzung unbedingt eingehalten werden. Nur die sogenannten Public-Domain-Erklärungen, wie CC0 beispielsweise oder die Pixabay-Lizenz, enthalten gar keine Auflagen und Regeln. Alle Open-Content-Lizenzen stellen dagegen Regeln auf und diese Regeln sind einzuhalten, denn es sind Rechtspflichten. Wer hiergegen verstößt, begeht eine Rechtsverletzung. Bei diesen Nachnutzungsregeln handelt es sich vor allem um Hinweispflichten. Es soll nämlich bei der Nachnutzung angegeben werden, was ich verwende, von wem es stammt, unter welcher Lizenz es lizenziert wurde und wo ich es ursprünglich gefunden habe. Die Regel bei der Einhaltung dieser Nachnutzungsregelung ist, dass man die Hinweise, die der Lizenzgeber, das ist meist der Urheber, selbst angebracht hat, einfach übernimmt. Das heißt, man kopiert sie und kommuniziert sie im Rahmen der Nachnutzung weiter. Wie nenne ich den Autor oder die Autorin? Es geht hier um unsere erste Hinweispflicht, nämlich die sogenannte Namensnennung. Das nennt man in den CC-Lizenzen BEI, ein Element, das in jeder CC-Lizenz vorhanden ist. Es besagt, dass der Nachnutzer die Pflicht hat, den Namen des Lizenzgebers zu nennen, und zwar so, wie der Lizenzgeber sich selbst genannt hat. Das kann entweder ein Klarname sein, also ein natürlicher Name, da kann ein Copyright-Inhaber, zum Beispiel eine Firma angegeben sein, oder es kann auch ein Pseudonym sein, wie das in sozialen Medien häufig der Fall ist, wenn Internetinhalte in solche hochgeladen werden. Dann steht da sowas wie Nutzer heißt Mickey Mouse 2345 oder derartiges. Man übernimmt eben einfach die Angabe, die vorher schon da gewesen ist, wie in unserem Beispiel. Der Bildurheber hier nennt sich Holger Crisp. Das ist vermutlich sein wirklicher Name. Also nennt man als Bildurheber Holger Crisp. Wie nenne ich das Werk und die Fundstelle? Es geht hier um unsere zweite Hinweispflicht, bei der es darum geht, das Werk mit seinem Titel zu benennen und auch die ursprüngliche Fundstelle. Die Titelnennungspflicht ist zwar gar nicht nach allen Creative Commons Lizenzfassungen erforderlich und vorgesehen. Es ist aber immer ratsam, den Titel, wenn er denn angegeben wurde, zu übernehmen, weil das einfacher ist als rauszufinden, was die Lizenz jetzt im eigenen, im Einzelnen vorschreibt. Zudem soll man eben die Fundstelle angeben. Das ist bei Internetinhalten in aller Regel natürlich eine URL. Und bei anderen Inhalten, zum Beispiel solchen, die in Büchern veröffentlicht worden sind, gibt man halt das Werk an, in dem dieser Inhalt, den man da übernimmt, veröffentlicht wurde erstmals. Ein Beispiel haben wir uns hier rausgesucht. Ein Bild mit der Bezeichnung Bumblebee Poison Frog Dendrobates Leukomelas. Wie verweise ich richtig auf die Nutzungsregeln? Die dritte Hinweispflicht gibt vor, anzugeben, welche Lizenz gilt, also der Name der Lizenz auf der einen Seite und auf der anderen Seite, was in dieser Lizenz steht. Dafür übernimmt man in aller Regel einfach den auf der Quelle enthaltenen Link zu der Lizenz. In unserem Beispiel ist das die Lizenz CC BY 3.0 International und dort ist ein Link angegeben, der auf die Webseite von Creative Commons führt. Wie sieht nun so ein Lizenzhinweis vollständig und mit allen Angaben aus? An unserem Beispiel des Bumblebee Poison Frog Dendrobates Leukomelas, so heißt das Bild, es stammt von Holger Crisp. Wir haben es gefunden auf Wikimedia Commons unter der URL so und so und es steht unter der Lizenz CC BY 3.0 International und der Lizenztext ist zu finden auf der Webseite von, dann kommt wieder ein Link, creativecommons.org. Das Bild wurde von uns hier nicht bearbeitet, deshalb müssen wir auch zu Bearbeitungen keine weiteren Erläuterungen oder Angaben machen. Wie mache ich Bearbeitungen kenntlich? Apropos Bearbeitungshinweise. Die meisten OR-Lizenzen erlauben, dass die Werke, die man weiterverwendet, auch verändert und veränderte Fassungen auch wieder zugänglich gemacht werden dürfen. Das ist nur nicht der Fall bei den sogenannten CCND-Lizenzen. ND steht für No Derivatives, also keine Bearbeitungen, zulässig. Bearbeitung heißt im urheberrechtlichen Sinn und im Sinn der Lizenzen, dass man den Inhalt verändert. Beispiele dafür sind, Texte umzuschreiben oder zu kürzen, die Texte zu übersetzen, Farben eines Fotos oder Videos zu verändern, ein Foto zuzuschneiden oder einen Text eben ausweiten, meschen, remixen. Das bedeutet so etwas wie zum Beispiel Musikausschnitte mit anderen Elementen mischen, um daraus etwas Neues zu schaffen. All diese Änderungen, wenn man sie vornimmt und das Werk wieder teilt, sind anzugeben. Wie in unserem Beispielbild, dem Bumblebee Poison Frog Dendrobates Leukomelas mit dem Lizenzhinweis, den ich vorher genannt habe. Und zudem haben wir hier den Hintergrund freigestellt und das geben wir dann bei der Nachnutzung an. Wo muss man nun die Lizenzhinweise anbringen, wenn man das Werk nachnutzt? Die Lizenzen sind da sehr flexibel und sagen, was möglich, üblich oder praktikabel ist, ist auch zulässig. Das bedeutet, sie enthalten keine festen Vorgaben, wie zum Beispiel so etwas wie die Angaben müssen direkt in die Bildunterschrift oder ähnliches und das würde auch gar nicht funktionieren. Die Lizenzen sollen ja für ganz viele unterschiedliche Szenarien funktionieren und unterschiedliche Nutzungsszenarien erfordern natürlich auch sehr unterschiedliche Lösungen. Beispielsweise ist es eine ganz andere Situation, Lizenzhinweise in einem Tonbeitrag wie einem Podcast oder einer Radiosendung zu geben, als wenn ich jetzt Hinweise auf einer Webseite anbringe. Wenn man das genauer wissen will, kann man sich sehr gut an Best-Practice-Informationen im Netz orientieren, zum Beispiel auf der Webseite von Creative Commons selbst oder auf den Webseiten von Wikimedia. Um sich darüber klar zu werden, wo am besten die Hinweise angebracht werden sollten, gehen wir nochmal einen Schritt zurück und stellen uns die Frage, wozu dienen denn die Hinweispflichten? Sie dienen dazu, dem Werk Angaben zuzuordnen, nämlich in Bezug auf das, wer hat das Werk geschaffen, wo wurde es veröffentlicht ursprünglich und welche Lizenzregeln gelten. Das Ganze dient natürlich in erster Linie dazu, dass die Urheber ihre Anerkennung bekommen, die nämlich ihre Werke freiwillig und frei ins Netz gestellt haben. Das zweite Prinzip dahinter ist, dass die Lizenzregeln und die Lizenz als solche nur dann wirksam werden kann, wenn die Nachnutzer auch von diesen Regeln Kenntnis erlangen. Das heißt, und das ist der Grund für die Lizenzangabepflicht, dass man angeben muss, welche Lizenz gilt hier und welche Regeln stellt diese Lizenz auf. Nur so kann ein wirksamer Lizenzvertrag zustande kommen. Wohin kommen die Lizenzhinweise nun konkret? Die Grundregel lautet, so nah am Werk wie möglich. Beispiel Bildangaben. Auf einer Webseite ist es in aller Regel möglich, die Hinweise direkt unter dem Bild zu setzen, in der Bildunterschrift. In einem Buch ist es dagegen eher üblich, ein zentrales Bildregister anzulegen, beispielsweise am Ende des Buches, wo sich die ganzen Hinweise und Fundstellen finden, also die ganzen Angaben gemacht werden. Da muss dann aber auf jeden Fall der direkte Bezug zu dem jeweiligen übernommenen Inhalt gezogen werden, also sowas wie auf Seite XY das Bild so und so steht unter der Lizenz, so und so stammt von dem und der Autorin und so weiter. In einem Podcast etwa ist es natürlich eine ganz andere Situation, da ist es eher unpraktisch und wirkt auch sehr unnatürlich, solche Hinweise direkt einzusprechen. Angenommen man rezitiert einen Text und spricht dann hinterher die Autorinnenangaben und die Lizenzangaben ein. Hier ist es dann eher üblich und auch vollkommen in Ordnung, wenn man solche Angaben auf einer Begleitseite gibt, wie zum Beispiel der Beschreibung der Folge des jeweiligen Podcasts. Im Übrigen genügt es bei den Quellenhinweisen, wenn die Quelle für die Nutzerinnen auffindbar ist. Es muss nicht zwingend in Tonbeiträgen insbesondere die URL vorgelesen werden. Auch das würde ja ganz unnatürlich wirken und funktioniert so nicht. Also muss man beim Beispiel Text aus der Wikipedia jetzt nicht die URL rezitieren, sowas wie www.de.wikipedia. und so weiter, sondern man kann sagen, dieser Text oder dieser Auszug aus dem Text stammt aus dem deutschsprachigen Artikel zum Thema XYZ in der Freien Enzyklopädie Wikipedia. Ich hoffe, es hat sich gezeigt, dass die Nachnutzung von Open Content in eigenen Werken kein Zauberwerk ist und dass auch die Einhaltung der Regeln gar nicht so schwierig ist. In aller Regel muss man eben nur die Hinweise übernehmen, die man vorgefunden hat. Und das hat auch seinen guten Grund und zwar in zweierlei Hinsicht. Zum einen sind diese Hinweispflichten erforderlich, damit das ganze System mit den Lizenzen und Weiterlizenzen auch funktioniert. Und zum anderen insbesondere die Namensnennungspflicht und die Pflicht zur Angabe der ursprünglichen Quelle sind eben dafür erforderlich, damit man den Urheberinnen, die ihre Werke zur digitalen Almende beisteuern, auch Tribut zollt und sich dabei bedankt. Das ist nur fair, die Regeln einzuhalten und eben diese Menschen auch zu nennen und dadurch eben eine Art von Gegenleistung zu erbringen, dafür, dass man die Werke kostenlos und problemlos nachnutzen kann. Bausteinen 欸 Süß Süß e